Menendez' Schwester Josefina starb bei der Explosion. Wer warf die Granate? Ich wusste nicht, dass sie da war, David. Ich sah nur Menendez und bin durchgedreht. Frank, du drehst nicht einfach durch! Was hat Menendez dir in Angola angetan? Menendez. Er wollte wissen, was die CIA über ihn wusste. Also hat er meine Leute gefoltert. Da dachte ich, packe aus. Ich sah, wie einer nach dem anderen starb. Dann warf er uns in diese Blechdose und schloss die Tür ab. Ich war Wochen da drin. Ja, ich bin durchgedreht, als ich Menendez wieder sah. Was hättest du denn gemacht? Wer ist das Mädchen? Unwichtig. Sie ist nicht das Ziel. Wahrscheinlich eine Nutte. Aha, eine Nutte, das würde zum Ende des Passens passen. Dieser Bastard. Mach deinen auf. Netter Kerl dabei. Pfff. Ah ja. Boah, du Scheiße. Jungs! Jägers Männerrücken an. Gehen wir. Okay, das wird auch Zeit. Schwere Kämpfe vor uns! Jägers Männerrücken durch das Flussbett vor. Alles klar. Dann gehen wir mal zu Ihnen und begrüßen Sie mal ganz ordentlich. Ah! Ja, warte, warte, warte. Da sind Männer auf den Dächern! Wartet mal. Ja, den hätten wir. Gebt mir eine Sekunde. Danke. Perfekt. Passt. So. Da oben ist noch einer. Da oben. Hier. Wap! Den hätten wir. Kommt, Jungs. Jungs, auf! Ja, ich merke das schon. Ah! Das waren Zivilisten. Ah! Ei, ei, ei. Ah! Was habe ich denn jetzt geträumt? Ich habe geträumt, ich hätte einen Zivilisten erschossen. Oh, ich habe das so die Pillen weglassen. Scheiße. Da sind Männer auf den Dächern! So. Boah! Da oben. Auf jetzt! Komm! Hey! Ah! Ja, ich merke das schon. Ah! Gib das mit. Au! Ah! Ah! Tschüss. Sehr gut. Wo? Ah, auf dem Balkon. Da oben. Auf dem Dach, meine ich. Da. Da. Ah, scheiße. Munition ist schon wieder leer. Weiter. Ah! Da oben. Da oben. Schweine! Hier. Oh! Scheiße! Die Wichser! Ah! Moment, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Perfekt. Molotow Cocktails. So, weiter. Jetzt kommen noch mehr! Ja, ja, natürlich kommen da noch mehr. Was glaubst du denn? Ausschalten, ausschalten. Gut, hau ab. Ah, scheiße. Was sind die Molotow Cocktails? Die hätten wir, oder? Ja, fast. Oh, wutz. Sorry. Weiter nach vorne. Weiter, weiter. Schwein. 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 Was haben wir hier? Was haben wir denn da für eine Waffe gehabt? Vielleicht ist sie besser. Nee, sie nicht. Ah. 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 Scheiße. Gleich haben sie uns. Gleich sind wir hier im Matsch. Ah. Ah. Da hinten ist niemand. Gehen wir mal hier hoch. Ich hoffe, dass hier keiner ist. Ja, es ist abgefucktet, das Haus. Doch, hier. Hör mit der Scheißwaffe. Okay, sauber. 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 Her damit, her damit. Schnell weg damit. Scheiße. Wo ist der Schütze? Wo ist der Schütze? Erzähl mir dem Ding. Erzähl mir dem Ding an. Wo sind die? So, das Bein ist weg. Der Kopf auch. Tschüss. Den hätten wir. Ah. Daumen. Daumen. Moment. Moment. Da brauche ich ein Scharfschützengewehr. Ah. Das hätten wir. Sauber. Wo sind sie? Wo sind sie? Keine Granaten mehr, Mensch. Das passt, das passt. Hier, bitteschön. Ich hab den Röntgenblick, Kumpel. Komm, ich hab nicht mehr viel Munition hier. Aua. Ah, ah. So, jetzt ist der Schuss leer. Das sind unsere. So, wie schaut's aus. Krieg ich mal ne Munition, ne Waffe oder sowas? Ne, anscheinend nicht. Kein Problem. Nehme ich halt das hier alles. Jetzt her damit. Her damit. Komm her. Ich muss nachladen, Jungs. Wartet mal. Und zwar könnte ich hier die brauchen. Perfekt. So, war's das hier? Gebt mir Deckung, ich muss nachladen. Kommt überhaupt mit? Ja. Wollte schon sagen. Moment. Nein, das kann nicht sein. Was? Verdammter Norjäger. Seine Männer sollten Menendez sichern. Menendez! Wutz! Du Jod! Frank! Den Festläufe. Den Festläufe. Beruhig dich. Spinner. Wartet mal. Macht das mal hier kurz auf. Komm, hoch damit. Scharfschützen auf dem Dach. Perfekt. Wir haben Mörser. Und ich kann die Munition aufstocken. Perfekt. Haben wir hier Munition... Äh, Information? Nein. Keine Information. Können wir weiter. Auf. Was ist denn hier los? Das könnt ihr haben. Ihr Schweine. Na gut, so will das nicht. Da kommen wir nach vorne. Das machen wir anders. Wo seid ihr? Herr der Mitte. Jungs, ich bräuchte mal hier Unterstützung. Wirklich. Ich bräuchte mal Unterstützung. Kommt ihr? Perfekt. Danke. Achtung, Jungs. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Den mach ich da oben grad. Das war's, gell? Das war's, gell? Ja. Lass mich ja kurz nachladen. Danke. So, das hätten wir, oder? Hudson? Wood, Mason. Das Koks-Labor ist im Keller. Ausräumen. Schnapp dir alle Infos über das Kartell von Menendez. Wenn ihr ihn schnappt, bringt ihn zu mir. Ich bring ihn zum Reden. Ja, kriegen wir. Du hast deine Befehle. Beruhig dich. Verdammter Scheiße. So, Hudson. Geh mal los. Oder muss ich mit? Gut. Alles klar. Komm, dann räume ich das eben mit aus. Scheiß Drogenlager. Darf ich vorgehen? Na, Wood, dann geh du halt vor. Clement, auf. Mason. Behalte Wood im Auge. Wenn er Menendez wieder sieht, dreht er durch. Schon okay. Ich kümmere mich drauf. Ach, Wood, der Basta. Der soll ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig. Ich will den großen Fang auf keinen Fall verpassen. Nein, warte. Ich muss erst mal das Schloss abmachen. Na, toll. Was haben wir hier? Ah, wunderbar. Das sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier gefallen? Die sieht schön aus. Nein, nein, nein. Nein, wir bleiben bei den Waffen. Wir bleiben dabei. Bitteschön. Scheiß Drogenkacke da. Was soll das denn hier? Ah Wow Na klasse Bitte So ihr seid Matsch Wo ist der Rest Wo ist der Rest Na komm Scheiße Da Bitteschön Mist Säcke So wo ist der Rest Wo ist der Rest Wo ist denn Wo ist denn mein Team Da Ach Wutz Wutz Mann Schieß doch nicht auf mich Idiot Grund eine Mannarmee hier So Perfekt Perfekt Weg mit euch Oh 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 Könnten wir vielleicht Ne Zoom brauchen wir vielleicht noch Nehmen wir dich so Drecksack Du bist hier ne Drecksack Können wir weiter Komm auf Das denke ich mal auch die ganze Zeit Hast du den Hurensohn schon entdeckt Der ist im Haus Wir nähern uns ihm gerade Bin unterwegs Negativ Wutz Wir haben die Situation unter Kontrolle Wutz Verdammt Wutz 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 Ah Bitteschön Wutz Scheiße Wutz 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 Alter! 3, 2, 1, levanten! Scheiße, okay. Bring ihn hier raus. Was ist passiert, Hatz? Wo ist Menendez? Da ist er, in dem Leichensack. Für die Zukunft. Das hier ist nie passiert. Sie konnten ihn einfach so mitnehmen, und jetzt... ist er zurück. Und er ist ziemlich wütend. Meinen Dad tötet er nicht. Da war schon jemand anderes schneller als er. Aber er hätte dich töten können. Also, warum lebst du noch, Frank? Das ist der Anfang. Genug Geschichten. Finde diesen Ehren.